Warte mal, du hast ihn verwandt? Die Operation ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen. Außerdem schuldet er irgendwem Geld. Wer weiß, was er sich eingehandelt hat. Du tickst ja nicht richtig. Wahrscheinlich musste er nur ein, zwei Besorgungen machen. Vielleicht, vielleicht nicht. Nur so weiß ich es sicher. Ja, dankeschön. Ich habe jetzt gerade hier eine Mission angenommen. Falls ihr jetzt selber als Crew-Spieler noch nicht so weit seid, dann einfach nicht hinhören, wenn die irgendwas sagen oder so. Ich will jetzt hier